KAL SIEBENER BRICKFORCE Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf meinem Kanal. Heute mal mit einem Gast. Moin! Wer bist du? Ja, ich bin doch auch nicht. Heute mal mit der Kürbiskrache am Start. Am Start. Am Start. Ich bin schon lange am Ziel und du bist noch am Start. Oh, du mit deinem Scheiß Wasserponkel, gell? Ja. Ich finde es gut, dass man jetzt nicht glitzen kann. Jetzt kann man glitzen, obwohl man eigentlich ja nicht glitzt. Hä? Ich kann nicht glitzen. Ja, jetzt gibt es schon wohl einen Glitzen. Heute mal los. Jetzt. Ja, jetzt ist ja das Geschöne. Jetzt. Du hast ja alles auf. 1, 2, 3. Hä? Wo? Hä? Luca? Jünger, lieb dich. Ich sag das meine Mama nicht. Ich sag das meine Mama nicht. Oh, oh, oh. Boah, ich hab nichts getroffen. Boah, wie viele Leben hast du noch? 73. 73. Hm, hm, hm. Wir machen mal die hier. Boah, es leckt gerade. Es leckt auch gerade so richtig. Ich kann mich grad nicht mehr mit die Waffe wechseln. Also, Server lag meinst du. War bei dir auch grad so bisschen laggy? Nee. Ich will einfach mal ein Intervon. Ich will einfach mal ein Intervon. Wieder einmal. Wenn ich auch so richtig gutes Internet habe geh. Luca! Ich hör mir, was war das jetzt? Ey, du schielst, du schielst. Wenn du stirbst. Ich schiele. Du hast geschielt. Nein, ehrlich, das musst du dir dann mal... Du musst es doch mal angucken. So richtig ist aber geschielt. Ja, glaub ich, bitte. Neun, ne? Ach, glaub, äh, deswegen hab ich einfach... Ich dachte schon, du hast das ja gar nicht hier entgekriegt. Ich hab das nicht gekriegt. Ja, klar! Bruder! Das, das wär ja voll nicht verarscht gewesen. Hätt ich jetzt nicht schnitten können. Eigentlich auch da schon ne schnickeschnickeschnickeschnick machen. Ne schnickeschnieper. Ne schnickeschnieper. Ne schnickeschnieper. Ne schnickeschnieper. Hä? Ach, da! Ich hab die nicht gesehen. Ich hab die nicht gesehen. Ich hab die nicht gesehen. Das hängt ja jetzt irgendwie schon ein bisschen, aber da so einen ganz kleinen Tappel. Das ist nicht zu milder. Nur die Hilde. Hilde Ich glaub ein Hilde, dass ich das Schwede werden sollte Äh Hilde Weißt du nur was du sagst? Neee, das ist es Ich hab da wohl was abgezogen heute Das ist meine Taktik Glaubst du warum ich öfters mal gewinne? Glaubst du warum ich öfters mal gewinne? Ach das wegen? Ja klar Du kleiner Bob Du kleiner Schilchinese Du hast einen roten Ping, aber so richtig Jetzt nicht mehr Du hast einen roten Ping, aber so richtig Nein, du hattest einen roten Ping Der ist blutrot gewesen, der Ping wahrscheinlich, ne? Nein, blutgelb Weißt du Doch nicht, das ist ein Ping, das ist mein Herz Nein Gelbes Blut, oh mein Gott Ich weiß ja nicht, wo du bist Du, du weißt bestimmt ganz genau, wo ich bin Du springst mir jetzt ja wieder in die Fressen Und sagst du Haha, haha, okay Nee Erstmal, ich muss später laufen lassen Ist das dein Ding oder so? Nee Ey Luca, ich hab höheren Ragen So Und bin grad total am Ablosen Ja, das ist schön für dich, aber Ja Hey Dika, wo bist du? Wo bist du? Du bist doch gar nicht ein Game Ah, ich hab ja Herzschlag grad aber Nee Na, na Na Na, nein Na, das ist aber nett Oh, das ist aber nett Roschi Mini Salami Ja Ja, jetzt echt Junge Junge, du hast Alter, du backst über hin und her Das Ding so Puff, Puff Wieder rüber, rüber Ey Luca, wollen wir bald auch mal so ein Webcam Dingsbums direkt da machen? So mit Webcam Nein Nein Hä? Fehlst du mich am Arsch? Nein Nein Leck mich am Arm Am Arm? Am Arm Am Arm Wie blöd bist du denn drauf? Mann Halleluja Hallo Nudel, Junge Halleluja Hey Luca, du bist hin am Oh, du hast schon wieder roten Pin Na, quatsch ich doch nicht Oh, 3 zu 7, das kann man doch nicht hochladen Ja, das ist doch dreckig, ne? Man verliert Vor allem, ja, merke ich Krass Bruder Ey, ich bin in der Bühne, in der Bühne, in der Bühne und ich mag nicht Magst dich? Ich mag nicht, ach, hast du das gehört? Ja Und Luca, ich hasse es mir nicht, ich weiß, wo du bist Tschüss Deswegen hast du Herzschlag gerade, ne? Äh, ich will schon wieder, wie das Ganze der Play zu tun, ne? Aber... Nein, ich wollte mich doch gar nicht nach mir zu nehmen Boah, ich fühle mich gerade wie irgendwie so ein Kummelkind, ja? Wie ein Pummelkind Pummelkind, man, so fettkinder, so Alte Kinder, die nix können, aber fett sind So Cheeseburger, Kind Hübsche Kinder, genau, hübsche Oder, war einfach gesagt, McDonalds Kinder Ja, ja, McDonalds ist wieder so ne Sache Schleichwerbung Ja, ich mag ja McDonalds, ne? Naja, klar, McDonalds ist sowieso Trotzdem werden wir nicht so schneckenfett wie die Amis Kleine Beleidigungen im ersten Video mit nem anderen Luca? Ja? Ja? Ey, du bist immer so weg, so, wie so ein Mikro-Stummel Ja, ach, das ist halt die Mikro-Stummel Ja, ach, das ist halt die Mikro-Stummel Okay, dann mach mal deinen Lieblings-Mäckle die Wüste rein, ja? Ja, das will ich Du bist du ließ Ah, eine Wüste weg, die Wüste Ja, jetzt geht's los Ihr könnt euch auch downloaden von The Hornet gebaut Und Denk ich Soll ich deinen richtigen Namen sagen? Nein, nein Ich mein, das hast du sowieso grade schon gesagt, aber das ist auch Ja, The Hornet, aber nicht deinen Freelife Ich glaube Hast du am Anfang schon gesagt? Hab ich? Ja! Muss mich rausschneiden Muss ich rausschneiden Aber wenn dich das nicht stört, können wir's auch drinnen lassen Ist mir egal Aber ist mir egal Aber Luca Oh, jetzt hab ich schon wieder gesagt Der Hornet ist ein Mann der Wortmacht Äh, ich bin ja nicht mehr Mann Ach was? Ach, das stimmt nicht Nicht Was? Wir waren ja die Erträne nicht und da Ja Ja, ich bin mit der Schiffer-Snie-Für. Schnie-Für? Ok, Schnie-Für. Ey, Luca, ganz, ganz kurze Frage, wie kann man bei Reds die Aufrunde ganz kurz stoppen, also zur Pause, das hab ich mir nicht gefunden. Ich, ich achte das mal, aber ich zicke es nicht aus, für mich. Ey, wir gucken, wie ich in den 30 sein kann, in den 30. Aim-Bot, sowas besitze ich gar nicht. Welchen Film haben wir heute in der Schule geguckt? Film, was du filmst? Habt ihr Film geklutscht, oder was? Ne, gibt's schon wieder getrackt von der Ferien. Ehrlich? Wir schreiben morgen eine schöne Klassenarbeit. Ja, warte einfach. Ja, und jetzt sind wir Film geguckt. Das nenne ich doch mal schon. Oh, oh, das ist halt. Oh, 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 oh. Weißt du, du bist. Mein Name ist so, ob du das bist. Was heißt wir? Na zwei? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, Unser. Ich glaub, dass ich hier bin. Mein Name ist so, dass du dich märgst. Ja. Ja, du verstehst? Ja, das ist halt der Vorteil der Mann und Stahl. Achtung. Ja, du kriegst, jetzt kriegst du erst mal Schaden. Komm, klatsch um, verrück einfach. Okay, dann spiel ich jetzt mal einfach mal ohne Sniper, wenn du das so gerne möchtest. Ja, das geht ja gar nicht. Wenn das dein Weihnachtswunsch ist an mich. Hä? Hä? Hä, wo bist du? Ach da, oh, wie ein kleiner Licht. Äh, Junge, komm, ich nehm extra keine Sniper, dass du mich hier absnipern kannst. Oh, das war richtig. Ein kleines Petrophil, das kann. Jetzt krieg ich einen Free. Du kriegst keinen Free, nur weil du nicht frei bist. Du gibst mir jetzt hier ein frei. Ein frei. Ein frei. Das krieg dir auch gleich nur das Freifahrt. Oh, ja. 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 Ich weiß trotzdem nicht mehr wo das bohren. Ja. Ja. ...mein der Mann... ...eine Welt hat Seelen... Luca? Dann die Waffenübersicht! Warum... 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 warum mit dir in... Wollen wir die in einem... Lappen, heißt separaten... Du meinst, die wollen wir... Nein! Ja, doch können wir machen! Und das laden wir dann hoch, ne? Also, ich lad die Datei hoch, damit ich dir alle anderen Leute runterladen kann! Okay? Warte mal. Oh, das sind zwei Minuten von unserem schönen Let's Play, was mir gerade verloren gegangen ist. Ja, na! Nein! Jetzt kriege ich wieder ein Früh, Junge. Hallo, du hast mich nicht mal angehütet, du warst. Na klar, deswegen bist du auch verreckt, gell. Nur einen kleinen Sprung. Junge! Free! Du gibst mir ein Free! Und da oben, da oben ist nicht mal oben. Na klar, guck doch mal oben. Ich hab ein Update gemacht, das weiß ich doch. Guck mal in die Luft. What? Oh, ne Klassiker. Ich kann dir gerne zeigen, wo das ist. Hä? Von wo kommt es wieder? Ach so, das soll ich gerade mit so'n Banner. Oh. Ja, wenn du cool wählen soll ich genauso cool, wie das Ding. Wie das Ding. Zeig ich mir mal, wie kommt man da oben? Kommt man, wir sind auch da oben hier. So. auf! Stich. Gott ist ja, mein Gott. Da oben sind wir. Okay, 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 okay. Okay, 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 okay? Komm, komm ganz hoch zur Parameter. Okay, nee, komm, komm, ganz hoch, zur Parameter. Okay. Und dann gehst einfach da rein. Okay, dann gehst einfach da rein. Und dann machst man was zum Jump'n'Run. an ich weiß auch und Luka du weißt genau dass ich schon nicht kann ich auch nicht ganz wichtig ist auch krass ja ja okay Diggermann Diggermann und Luka ich krieg auch noch ein Frii du kleiner Humo hab ich gelost Junge nur weil du so ein kleiner Frosch bist so wollen wir jetzt noch willst du die Abmoderation machen ja natürlich na komm dann mach einmal okay ich mach's bis zum nächsten Video ich hoffe ihr habt Junge du hast gerade übel rumgelegt wenn ihr das Video uns sehen wollt ja ist ja neu ich hab das noch gemacht ich sag euch auf Wiedersehen tschüss Kai Siebener brick for's CY.7 KYim SIEBENER